ich habe kohle gefunden kohle 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 nicht den kohle song von krong muss man kennen hallo oder das wo er ausrastet das eh die geilste folge 15 minuten lang in der höhle rum und sieht ganzheit schwert bekloppt das ist beste allerbeste rastet übelst aus naja die ausbeute war jetzt nicht ganz so groß von der kohle aber naja so das brauche ich gleich dingens kirchens hast du noch holz ich habe alles was ich an holz hat in die kiste gepackt okay dann hole ich mir das gleich ich mache noch mal so ein weizenfarm ding oder auch wenn du bambus machst du noch eins oder wenn du bambus ich kann auch ein kaktus einen automatischen kaktusschneider bauen ist kein problem ich weiß nicht was wir mit kaktus machen wollen außer vielleicht eine kaktusfalle könnte ich eigentlich machen ich kann wenn du willst eine kaktusfalle bauen ja plus zuerst muss ich hier mal was gucken ah ein kürbis 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 juhu ein kürbis ok es leckt ja jetzt ja bei mir war es nur ganz kurz was ist die mehrzahl von kaktus nicht kaktien sondern kaktusse hahaha das war nicht lustig ja es gibt ja leute die sagen das stimmt ich mache ich mal einen schönen weg ich mache ich mal einen schönen weg äh mein einkraft hat mich wieder rausgeschmissen haha so ein scheiß passiert ja der baum hier muss weg der stört hier etwas das und am geilsten finde ich als mod immer noch die minecraft portland den so geil portland ich mag obwohl ich will sie trotzdem kaufen muss die nicht mehr kaufen das portlauchen minecraft das hast du schon mal erzählt ja ich weiß ja und doppelt hält besser ja oder nimmst du einfach gleich einen Paterfix so wo bin ich hier also ähm verdammt ich glaub die sonne geht unter nein es wird dunkel Zombies kommen ich hab hier grad erstmal einen richtig geilen Fail gemacht tja hey hey ich hab ne Höhle gewunden aus wie ein Stein herzlichen Glückwunsch vielleicht Zombies kommen und ich verrecke es ist deine Schuhe Eisen ha sind so gut alles wieder weg machen und Kohle direkt hinten dran wie geil mach dass du wieder zurück kommst naja ich hab Zeit ja aber ich nicht warum weil es hier gleich dunkel wurde ich hier noch was bauen will hhh hhh mh hh 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 HI HILI ANYTHOREN AN DECKE ich eigentlich gleich lassen können hier in den Scheiß egal wir wollen ja dass es schön aussieht wenn die Hülle was geht Hilfe er stirbt halt gleich nur ihm geht es eigentlich so weit gut ich will hier raus wo bin ich scheiße ich habe mich verheirrt es war doch so klar dass ich mich wieder verirrte oh hier ist Zeug es war da geht aus wie bräuchten dieses Weizen ab mit dieser komischen Achse du musst warten bis es so ganz hellgelb ist er ist es ja auch ja und dann gehst du einfach hin und haust drauf ah ok ich konnte die Skeletten ich weiß gerade nicht ob ich reingehen soll und mich mit den Skeletten anlegen soll aber da ist das Zeug zu teuer was ich dabei hab bleib lieber draus ich habe dreimal Weizen gefahren cool mach noch ein Brot wie mache ich das einfach bloß drei Weizen irgendwie oder was eher in eine Reihe also von rechts nach links oder von links nach rechts ich habe ein Brot gemacht welchen welchen ich hoffe ich habe das jetzt nicht sterben ohne wie viel Zeug habe ich hier eigentlich noch nicht so und gar nichts das relativ wenig 1 2 1 9 5 ja er hat sie bekommen schön Connecten und wieder connecten genau da bin ich hallo Hund ich hab dem Hund jetzt endlich einsatzpunkt achso ne ich dachte schon ich hatte dem Hund jetzt den Schnitzel gegeben hey hey 2 Pumpkins Mushroom Gravel Cubistone Iron Ore schwarze Wolle noch nur ein Pumpkin Iron Ore einschmelzen werde was war das war Zombie skelett Judo was will zuerst hier Zombie hey wir wollen hier nicht abschließen werden bestimmte so lange mache ich mal hier noch zu sonst geht es nur schief Hehehe Ey was machen zwei Kühe von so einem Haus? Stipp 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 Ich kann doch nicht mal ins Ruhe ins Haus gehen man Leg das Zombie ab! Skelett? Skelett mein ich doch! Mach's tot! Jetzt will ich mich abschießen! Ja warte Jump Digga Hallo Schnauze, Kuh Wer? Ach das Zombie Ja das Skelett Glück, Glück Mein Köter Boah Creeper Wo? Keine Ahnung direkt neben mir war's Doch Creeper Nein! Ich hab das doch alles so schön erbaut Äh da ist nix weggegangen Warum das? Weil die im Wasser explodiert sind Geil Das nenne ich mal geil Das nenne ich mal geil Mein Köter Egal Creeper pass auf weg Wo? Hinter dir Warte ich killen Nein 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 Bist du bescheuert? Du bist so selten blöd Mach sofort den Zaun hier wieder hin Nö Den schönen Weg Boah ich bin nicht selten blöd Ich bin selten dämlich Nämlich Aaaaah Zwei Zäune So Zwei Zäune Hier So Wo ist das der ganze Zaun hin? Und jetzt bin ich tot Weiß ich nicht Na ich bin gleich tot Dann hau ab Skelett Ich bin tot Ich tue mir mal mein Zeug Warte Ew Lalalalalala Da ist es ja Aaaaah Skelett Stirb Ich bettel ein Skelett mit dem Block Erde Stirb Au Ja Ja Komm rein Nein ich bring's um Komm her Au Ja Ein Ei Wow noch eins Ich wachst du ein Ei ab Ja mach mal Ja Ja Nein Creeper Creeper Ich würde sagen wir legen uns ins Bett und verpissen uns mal Ihr behinderten Hühner verpisst euch doch mal Creeper Hier sind schon zwei Hühner bei uns in der Bude Ich gehe jetzt auf Creeperjagd Ne oder auch nicht Tu mal alles an Dings was du hast an hier Äh Äh Kuhhaut hier rein Ich hab keine Kuhhaut Das nennt sich Leder im Übrigen Soja stimmt Ja mir ist das äh Wort grad nicht eingefallen Ja Nein es reicht nicht für eine Hose Ha ich hab jetzt nen Lederhelm Hehehehe Aufzunehmen Lol der Hund rennt ein Schwein hinterher Das ist ein Hund Hehehe Bei Knochen Was kann man eigentlich aus Pilzen machen? Äh Maschinen Das heißt auf deutsch äh dass du Äh die so ne Zwiebel ein Top-Suppe machen kannst Boah alter sind die viele Küche Die Okay das war schon mal kein Leder Okay das war schon mal kein Leder